Wir alle kennen sie, wir alle haben sie. Wir haben diese Tage, an denen es uns nicht wirklich gut geht und wir manchmal einfach von schlechten Gedanken geprägt sind. Um genau dieses Thema geht es in der heutigen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Olaf Schild, ich bin Experte für Wachstumschancen und Speaker. Wahrscheinlich hast du auch hin und wieder so Tage, wo dich einfach negative Gedanken plagen und du weißt nicht, wie du herauskommen sollst. Und da gibt es ein ganz einfaches Mittel dazu, wie es dir tatsächlich gelingt, diese negativen Gedanken zu verlassen und wieder positiv durch den Tag zu gehen oder positiv in diesem Moment zu sein. Und dazu stellen wir uns eine ganz einfache Frage. Wir fokussieren uns auf diesen einen Moment und stellen uns die Frage, welches Problem habe ich denn jetzt hier in diesem Augenblick? Und sobald du dir diese Frage stellst, wirst du wahrscheinlich feststellen, ich sag mal zu 98%, dass du gar kein Problem jetzt in dem jetzigen Augenblick hast. Was wiederum zur Folge hat, dass du dich einfach für diesen Moment wieder besser fühlst und dir auch bewusst wird, dass vielleicht dein Tagesgedankenkarussell, was du hast, gar nicht mal so schlecht ist, sondern oder dass es vielleicht total unbegründet ist. Und mit dieser Frage gelingt es dir ganz einfach, wieder einen positiven Fokus zu kriegen, weil du einfach auf einmal merkst, okay, jetzt in diesem Moment habe ich eigentlich gar kein Problem. Und was es mit diesen Gedanken auf sich hat, dazu werden dich noch viele, viele andere Videos in Zukunft bringen, weil Gedanken sind ja das Instrument, was sehr viel auswirkt und was sehr unseren Tag bestimmt. Also frag du dich zukünftig, wenn du einen schlechten Tag hast, mit dieser ganz simplen Frage, welches Problem habe ich denn jetzt in diesem Augenblick? Und in diesem Augenblick wirst du feststellen, hast du wahrscheinlich gar kein Problem. Probier es einfach mal aus und schreib mal in die Kommentare rein, wie es dir gelingt, in solchen Situationen dein Mindset oder deine Gedanken zu verändern. Wenn du das merken, ist das ein ganz, ganz wunderbares Tool, ein ganz einfaches, simples Tool. Und ich bin davon überzeugt, dass es dir helfen wird in diesen Momenten, in denen es dir vielleicht mal nicht so gut geht oder in deinen Tagen, wo es mal nicht so gut geht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, empfehle es doch gerne weiter und gib mir einen Daumen hoch und schreib auch gerne was in die Kommentare und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Olaf. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.